Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das Vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Feuer! Und damit herzlich willkommen zurück zu Kirby und das Vergessene Land. Ja, heute geht's an den Bosskampf mit dem König. Ich hab direkt schon den Kugelblitz ausgerüstet. Jetzt werden wir unsere Freundin retten. Unsere Elphilien. So, was bietet mir denn das Spiel heute an Fähigkeiten an? Die ich wahrscheinlich eh nicht beim ersten Mal nutze. Sehr interessante Fähigkeiten. Also mit dem Kugelblitz krieg ich wahrscheinlich direkt zwei Challenges auf einmal geschafft. Nämlich No Hit und... Ja. Jetzt in bestimmter Zeit schaffen. Er ist wahnsinnig geworden. Besiegt. Oder auch nicht. Naja, die erste Phase hab ich offenbar instant geschafft. Er sprendet los! Push! Vor allem von der ersten... Äh... Von der ersten Phase kaum was mitbekommen, wenn die einfach instant beendet haben. Okay. Highlight ist das schon mal. Und Schütz. Der kam gegen keine drei Minuten. Wo ist unsere Freundin? Eine Challenge geschafft. Zwei Challenges geschafft. Und natürlich NoHit habe ich diesmal auch geschafft. Wo ist meine Freundin? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe einfach alles geschafft. Ich habe alles auf einmal geschafft. Das ist so ein Witz. Du führst zwei Leute. So, der wird wieder irgendwelche krummen Dinger tun. Der, die, 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 die. Der steht doch jetzt bestimmt auf. Aber fürst zwei alles in einen Rutsch. Ah, ein Boss. Boah, die ist ein Held. Automatische Spracherkennung aktiviert. Authentifizierungssystem aktiviert. Authentifizierung. Authentifizierung. Zugangscode bestätigt. Initiierung des Gebäudenavigationsprotokolls. Willkommen Besucher zur Traumentdeckungstour in unserem Labor. Im Labor Discoverer. Während dieses spannenden Rückgangswelt... Als ob ich hier einfach laufen kann. Spezimen IDF86. Jetzt kommt der wahre Boss. Ich sehe es schon. ...planeten führte IDF86 einen Felszug der Zerstörung, der unsere heilische T-Welt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme, bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von IDF86. Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen Kärkling interessant bilden. Um Gottes Willen, die armen Waddles! 30 Jahre nach Forschungsbeginn kam es in Folge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt IDF86 keinelei Aktivitäten mehr. Es befindet sich nun in permanenter Stasi, innerhalb der marktbefertigten Ewigkeitskapsel, hier im obersten Stockwerk des Labors... Okay, jetzt kommt wirklich der wahre Boss. Welche Fähigkeiten nehme ich da? Und da wären wir auch schon. Begrüßen wir die ultimative Lebensform. Ich will diese ultimative Lebensform wahrscheinlich gar nicht kennenlernen. Um Gottes Willen. Nein. Ein Löwe ist also unser Boss. Zusammen mit dem da. Mit Elphilin 2.0. Ist Elphilin groß? Nein. Lass sie frei. Ich halte dich auf, aber sowas von. Ein Moment. Okay, hier sind keine Nebenmissionen, soweit ich das sehe. Also einfach draufhauen. Im Übrigen, man hat es nicht ganz gesehen. Ich hatte durch die Traumfähigkeit auch mal zufällig das Glück, diese Lebenserweiterung mal zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich es auch so kaufen könnte. Ich glaube, der Löwe ist sauer. Ich glaube, der Löwe ist sauer. Ja, bleibt darin stehen. Also bisher komme ich ganz gut zurecht gegen den. Aua. Der hat mir die Fähigkeit rausgeprügelt. Hilfe. Um Gottes Willen, der macht einen Megastrahl. Geht's mal auf, die ganze Zeit zu beißen? Geht's mal auf. Geht's mal auf. Hier мне nicht im雨. Ich gehe weg. Zersiebeln! Oh, besiegt! Ja! Leopold wurde besiegt. Jetzt kommt der einzig wahre Boss. Oder wir retten Elfin diesmal endgültig. Komm her, meine Freundin! Wahrscheinlich verschmetzt er jetzt mit dem Ding. Der Lästigerose-Fremdkörper. War doch klar, dass wir gegen das dann noch kämpfen werden. Um Gottes Willen, das Ding ist gruselig. Wollte gerade sagen, manche Nefie haben größere Probleme. Äh, ich würd sagen, wir laufen lieber weg. Wir fehlen ihm weg! Weg hier! Die Flucht möge beginnen. Ich halte schon nach unten gedrückt. Einmal nach hinten, immer wieder schießen. Der Boomerang ist hier gerade für echt perfekt. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich ihn anpassen will. Guck mal, wie groß der ist. Ich treffe ihn selbst, wenn ich 10 Kilometer weg stehe. Einfach gucken, wo der hinzieht. Okay, so krass ist der tatsächlich nicht. Komm, latsch rein! Hohohoha! Easy! Das war's doch, 100% noch nicht! Nein! Das ist 100% das letzte Level, bei dem was hier abgeht. Aber wieso sind wir eigentlich dann erst bei 54%? Das wäre so krass gewesen, hätte ich die Ultra-Fähigkeit jetzt da oben zur Verfügung bekommen, ne? Ihr wisst schon, welche ich mein. Es gibt hier immer noch keine Challenges. Also die One-Hit-Fähigkeit, die meine ich. Jetzt beginnt der letzte Kampf. Eindeutig. Eindeutig. Ich hoffe, ich hab die richtige Wahl getroffen. Das Ding sieht mega geil aus. Ich habe Angst. Gut, dass ich mittlerweile gut im Ausweichen bin. Komm doch her, wenn du dich traust. this fris. Jetzt geht ein Kongs. Jetzt gab es hier doch Challenges. Die Schmarrte hat sich einfach mitten drin reingebautet, der Dreckige. Ey, der hat hier gerade was geschrottet. Ja, sicher. Willst du mich noch mehr wegsäbeln? Nein, das lassen wir. Ich bin nur am Ausweichen hier. Ja, mach schwarze Löscher. Ja, sicher. Ja, sicher. Okay, Half-Life. Um Gottes Willen ist der heftig. Ich wusste, dass ich dich nicht kennenlernen wollte, als ich von dir gehört habe. Der schmeißt doch noch mehr nach mir. Ich bin gleich Fleisch-Kipp-Up. Ne, Kirby-Kipp-Up. Genau zu sein. Einer von denen ist nur echt, nehme ich an. Ah, man kann es am Kreis erkennen. Ja, Ty, wie heilst du dich? Ja. Halleluja. Okay, bei dem Ultra-Stein. Die kann man auch ausweichen. Aua, 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 Aua. Ach, jetzt hör doch mal auch mit dem Angriff. Der ist gemein. Ich habe noch eine Heilung zur Not. Okay, der Angriff, der ist easy. Nicht, wenn er sich damit verbindet. Halleluja. Direkt erkannt. Nein, das war Zufall. Okay, langsam komme ich hinter seinen Attacken. Ich schieße, dass dieser Boss sich halt auch noch mittendrin heilt. Oh, fast besiegt. Ey, Filin. Ich hole dich da raus. Ah, Projekt. Oh, Mario. Oh, es war's. Oh, was ich?" Oh, was ich hier終ertieren? Oh, ichclickành Winter. Oh, was ich da'. Oh, was ich war's? Da ist überall drauf. Ja sicher Nein, nicht Popstar Wie verhindern wir das? Wir springen ihn als Truck ins Gesicht Mit dem Auto hat's angefangen und mit ihm wird's enden Super Truck Stopp Aus dem Weg Ich habe eine Welt zu retten Oh Kacke Let's go Der ist übrigens sehr schwer zu lenken Boah ich muss da auch erstmal drauf klarkommen Wie die Welt sich hier verhält Weg damit Volga holen wir ihn rein Ja sicher Was willst du mir noch entgegenwerfen Wie jetzt Quicktime Darauf war ich nicht gefasst Musst du wahrscheinlich mit das B-Spap Wisst ihr was? Was ist nochtags? Meine Hand, du tief! Boah! Ihr seht, ich habe eigentlich nur die Hand weh Ich habe gerade gespammt wie ein Weltmeister Nein, bitte, Opferdicht nicht Nein Nein Jetzt muss ich weinen Ja Leute, ich würde sagen, damit haben wir das Spiel durchgespielt Ihr seht jetzt die Credits Äh, ich halte mich jetzt stumm War ein geiles Projekt Aber da kommt bestimmt noch irgendwas, weil wir hatten nur 54% Äh, da fehlt doch noch einiges Also, ich gucke danach noch rein Aber ich lasse uns jetzt erstmal die Credits genießen Also, ich guste mich jetzt mal Ich würde mich schnämmen ausprobiert Ich würde mich jammer, wenn du noch mal Ich würde mich mal Ich würde mich ab und wünsch mich Das sicher ist, ich würde mich Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 schöne credits dann gucken wir jetzt noch mal in das spiel rein okay es gibt eine vierte serie da ist eine band und wir haben noch mal was in der arena auch mal vor uns okay ja viel hat eine eigene statue bekommen und können wir auch wunderschön wir haben alle wurde dieses geräte da unten für haben wir eine besondere statu bekommen man kann die jetzt auch so aufwerten und guck mal leopardo sitzt da oben die tatsandra hieß die tschuldigung ja wir müssen leopold noch retten so ich will mal kurz hier reingucken okay diese disco welt die war eine welt für sich aber das war halt wirklich die letzte welt wir haben das spiel eigentlich damit durchgespielt aber wir haben noch 74 prozent und ich würde gerne die 100 prozent schaffen das heißt wir haben noch ein bisschen was vor uns ich rede mit den ganzen leuten beim nächsten mal guck's mir dann an ich hoffe ihr hattet spaß beim zusehen bin ja abo und like da lassen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss